Ich möchte einmal gewisse Gefühlssituationen während des Servants oder auch während des anderen Thema Crossfit, während des Sports, die man schwer in Worte fassen kann, möchte ich gerne bildlich darstellen. Hi, ich bin Philipp und ich bin Maler aus Kassel. Für mich ist Kunst, was mich einmal auf der emotionalen Ebene abholt und berührt, wenn ich jetzt vor dem Bild stehe und gewisse Emotionen damit verbinde. Andererseits aber auch möchte ich natürlich auch wissen, was der Künstler mit diesem Bild aussagen will. Und ich denke, diese Verknüpfung voneinander ist für mich das, was dann, um dieses Bild zu verstehen, um die Kunst zu verstehen oder um das Gemälde zu verstehen, dass das dann als Gesamtpaket für mich Kunst ergibt. Also vor zehn Jahren circa, als ich hier die Wohnung kernsaniert habe, habe ich schon direkt das Licht so aufgebaut, dass hier Bilder rein können, beziehungsweise auch ein großes Bild rein kann von 1,50 Meter mal 2 Meter. Und als ich mich dann so auf dem Kunstmarkt umgesehen habe und teilweise die Preise gesehen habe, jenseits der Zehntausender, dachte ich, okay, das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so leisten. Zum Glück hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin von mir, weil er ja arm droht, Kunst studiert. Und ich hatte dann schon meine konkreten Vorstellungen gehabt, dass das Ganze was mit Surfen zu tun haben soll, mit Windsurfen. Und ja, eine gewisse Gefühlslage natürlich widerspiegeln soll, wo ich draufgucke auf das Bild und sage, ja, geil, ich habe da gewisse Bilder im Kopf, die ich dann verarbeite, wo ich draufgeguckt habe, einfach ein gutes Gefühl. Ja, und so hat das Ganze dann wieder seinen Lauf genommen, dass Freunde auch gesagt haben, auch, ja, das ist schön, ich würde dann auch so gerne was nehmen oder das gefällt mir. Und dann habe ich dadurch viel positives Feedback bekommen und dann kam das ja mehr und mehr ins Rollen. Ich hatte wahnsinnig viele Ideen oder beziehungsweise habe immer noch wahnsinnig viele Ideen, die ich umsetzen möchte und ja, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann gehst du damit, dann versuchst du damit mal an die Öffentlichkeit zu gehen, habe dann einen Instagram-Account erstellt und ja, das Ganze ordentlich abfotografiert und dann ein bisschen, ich sage mal, aus meinem Leben ein bisschen was preisgegeben. Ja, und dann kam dann so die ersten Anfragen zu den Bildern. Ja, und dann kam der erste Verkauf über Instagram und ja, das hat mich dann auch bestärkt, da irgendwie weiterzumachen und macht mir wahnsinnig viel Spaß, da diese Gefühle oder diese Emotionen zu transportieren oder auf Leinwand zu bringen und ja, mal gucken, wohin das Ganze noch gehen wird in den nächsten Monaten beziehungsweise ja. Also ich glaube, meine Vorliebe für gewisse Farben sieht man in den Bildern einfach schon, dass es ja so alle Arten von Pink und Rosatönen und vor allen Dingen auch Blau, Blau in jeder Variation. Und diese beiden Farben natürlich gemischt werden dann irgendwann wieder zu Lila. So und das ist so diese Farbpalette, die ich am meisten mag, wo ich ja auch sehr, sehr starken Bezug zu haben und ich mag, ich mag Farbe generell. Einmal habe ich natürlich die Vorstellung, wie ein Bild aussehen soll, welche Techniken ich verwende, wie der Hintergrund aussehen soll, welche Farben dafür verwendet werden soll, dann habe ich schon ein recht schlüssiges Konzept beziehungsweise auch eine recht schlüssige Vorgehensweise im Kopf, wie es werden soll oder wie es aussehen soll. Das ist aber nicht immer so und gerade auch dann in dem Prozess verändern sich die Dinge auch gerne mal relativ schnell, dass dann eine Ecke nicht mehr gefällt, wo ich dann sage, dass die ganze Balance auf dem Bild passt, stimmt, passt mir nicht mehr, dann wird die eine Ecke wieder ausgebessert, auf einmal gefällt einem das ganze Bild nicht mehr und dann gibt es dann Situationen, wo das ganze Bild dann wieder weiß ist und man wieder von der weißen Leinwand steht mit vielleicht ein bisschen mehr Struktur drunter, aber diese Struktur hilft natürlich auch dem Bild noch mal ein gewisses Fundament zu geben. Natürlich stellt sich die Frage, was möchte ich bei Menschen erzeugen, die meine Bilder jetzt nicht kennen, die mein Profil nicht kennen, die nicht wissen, welche Intention ich habe, diese Bilder zu erstellen und generell möchte ich erstmal mit der Größe der Bilder, fange ich natürlich erstmal den Menschen ein und fange ihn so ein, dass er erstmal innehält und erstmal sich natürlich das Bild näher betrachtet und die Farbigkeit, hoffe ich zumindest, dass die Farbigkeit eine gewisse, die Bildsprache eine gewisse Gefühlsstimmung bei den Menschen auslöst. Das ist eigentlich das Einzige, was ich erzeugen will, eine positive Stimmung, eine positive Bildsprache zu haben. Ja, das war eine Idee von einer Freundin von mir, die auch mal im Voice gearbeitet hat, zufällig. Und ich meinte, das Voice wäre doch von den Lichtverhältnissen, von den Wandflächen eigentlich ideal, um so eine laufende Ausstellung zu machen. Da meine ich ja, stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und ja, dann kam der Kontakt zu dem Inhaber, Manuel Milbert, zum Voice zustande und da der ja auch, ja, selber Surfer ist und Wellen reitet, war da gleich eine gute Chemie da, beziehungsweise auch eine Verbindung da. Und ihm haben meine Bilder auch gefallen und ja, dann haben wir dann im Prinzip habe ich dann ein Konzept ausgearbeitet, wie die Bilder hängen, was alles gehängt werden soll und parallel dazu haben wir das noch verbunden mit einer Einweihung der Dachterrasse, die in dem Voice gerade neu gemacht worden ist, in dem Laden. Und das war ein guter Rahmen, um erstmal, sagen wir mal, die Bilder zu introducen, einzuführen. Wenn ich jetzt mal das Bild als Beispiel hier nehme, Code Waterworm 1, manche denken ja, du bist total bekloppt, du gehst bei 10 Grad oder weniger irgendwo surfen, dick eingemummelt in einem Neopren, die Hände frieren dir halb ab, das Gesicht ist total rot, die Lipps im vielleicht schon blau, es sind 7, 8 Windstärken und es ist das mieseste Wetter. Aber trotz alledem hast du ein wahnsinniges, gutes Gefühl dabei, wenn du auf dem Wasser bist, wenn du am Gleiten bist, wenn du anfängst und du merkst, dass die Welle von hinten kommt und im Prinzip dein Brett antreibt und der komplette Druck aus dem Segel herauskommt und du dann anfängst, deine Turns, deine Kurven zu ziehen, um die Welle wieder hinaufzufahren und die Welle abzureiten zum Beispiel. Und das sind so Situationen, die sich teilweise, oder Gefühle, Gefühlslagen, die sich eigentlich sehr schwer nur wörtlich beschreiben lassen. Und wenn wir das Thema Crossfit einfach nochmal nehmen oder generell Fitness und das Thema Ausdauersport mal zusammenfügen, dann fragen sich viele, was machen die da eigentlich? Die sind, die schinden sich bis zur Atemlosigkeit fast und am Ende liegen sie am Boden und kriegen Schnappatmung. Aber dann wiederum dieses am Boden liegen oder beziehungsweise in dieser Situation zu sein, nach Atem ringen, nach Luft ringen und diese Endorphine und die ganzen Glückshormone, die sich dabei freisetzen, dieses Gefühl ist auch wieder wahnsinnig schwer zu beschreiben. Und warum man das macht und sich quält, um genau in dieses Stadion zu kommen am Ende. Und dieses für sich, für seinen Körper und für seinen Geist, dieses gute Gefühl zu erlangen. Das sind die Sachen oder die Themen, die ich gerne in meinen Bildern verarbeiten und aufarbeiten möchte. Das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Dieses Gemütchen wird, wenn eben in der Arbeit, die sich gerne in der Arbeit angetausende ist, Geschmutzschläger 썰ochen. Das ist eine Sache. Und die ist ein Schuss. Das ist eine Sache. Die ist schützünder ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020